Die Trauben für diesen Guts Riesling stammen aus zwei unterschiedlichen Felserlagen. Zum einen kommen die Trauben aus der Top-Lage Nussriegel bei Ungstein und zum anderen aus den Hanglagen um Hambach. Diese unterschiedlichen Höhenlagen ergänzen sich in diesem Wein aber ideal und der Riesling zeigt sich aus diesem Grund auch perfekt balanciert. Er hat viel klare Frucht, viel Saft, eine feine Mineralik und eine rassige Eleganz. Ich finde, das ist ein hervorragender Einstieg in Oliver Zelters Welt der Rieslinge.